Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und heute geht es um ein neues Anti-Abzock-Gesetz. So ist es jedenfalls in den Medien bezeichnet worden. Und tatsächlich ist da einiges an Musik drin in den neuen Paragrafen, die die Justizministerin jetzt am 6. Februar 2013 ins Parlament einbringen möchte. Worum geht es genau? Es geht zunächst einmal darum, dass der Telefonvertrag etwas anders geregelt werden soll. Jedenfalls dann, wenn es um das Thema Gewinnspiele geht. Das heißt, Gewinnspiele, die euch aufgeschwatzt worden sind am Telefon, die müssen nachher schriftlich per Fax, also per Post bestätigt werden. Erstmal eine gute Neuerung, aber leider gilt das auch nur für Gewinnspiele. Nächste Neuerung, Inkassobüros. Die haben bislang Forderungen oftmals nur in einer Zahl ausgewiesen und gar nicht gesagt, wie ist die Forderung zustande gekommen. Das ändert sich künftig oder soll sich ändern, wenn das ganze Gesetz wird. Denn dann müssen die Inkassobüros sehr genau und detailliert darlegen, wie sich die Forderung zusammensetzt. Auch das ist hilfreich und böse Inkassobüros. Die müssen künftig auch höhere Bußgelder zahlen. Das ist auch noch eine weitere Neuerung. Aber der dickste Brocken, den finden wir im Urheberrechtsgebiet. Das ist ja auch unser Spezialgebiet. Und da heißt es, dass der Streitwert für Urheberrechtsverletzungen und Abmahnungen bei Urheberrechtsverletzungen gegenüber Privatpersonen künftig auf 1000 Euro gedeckelt sein soll. Jedenfalls dann, wenn man bislang noch keinen Mist gebaut hat und zum ersten Mal eine Urheberrechtsverletzung im Netz begangen hat gegenüber diesem Abmahner. Das ist jetzt tatsächlich mal eine große Änderung. Denn bislang hatten wir zwar die 100-Euro-Deckelung. Das heißt, bislang konnten auch schon nicht mehr als 100 Euro Abmahngebühren verlangt werden. Aber da gab es schwammige Rechtsgebiete, solange das nicht im geschäftlichen Verkehr ist. Und dann war schon wieder Frage, handeln Tauschbörsennutzer irgendwie geschäftlich? Oder ist das überhaupt noch eine geringfügige Urheberrechtsverletzung? Dann war man schon wieder raus aus der Deckelung. Jetzt, glasklar, das Ganze gilt immer gegenüber Privatnutzern. Immer? Leider nicht. Denn auch da gibt es wieder ein Hintertürchen für die Rechteinhaber. Wenn es ihnen nicht zu zumutbar ist und unbillig wäre, dass man die Streitwerte so runterschraubt, dann dürfen sie doch wieder mehr verlangen. Und wie hoch das dann sein wird und in welchen Konstellationen das sein wird, dass wir die Zukunft erst zeigen, da müssen Urteile her. Soweit erstmal positiv. Ebenfalls positiv an dem neuen Gesetzentwurf. In Abmahnungen muss künftig genau stehen, wie man ermittelt worden ist und was einem ganz konkret vorgeworfen wird. Das war bislang alles formlos möglich und da gibt es jetzt genaue Anleitungen dafür, wie eine Abmahnung auszusehen wird. Dann, den Abmahnungen muss immer nur Originalvollmacht beigefügt werden des Rechteinhabers. Das wird sicherlich die Rechteinhaber zu ganz, ganz vielen Unterschriften zwängen. Bis zu 200.000 Abmahnungen wird 200.000 Originalvollmachten bedeuten. Also auch da werden wir noch einige logistischen Aufwand bei den Rechteinhabern sehen, denn die müssen nur so ein Packen Papier da hinlegen, der dann abgezeichnet werden muss von den Justiziaren der Musik- oder Filmindustrie. Dann ebenfalls sehr positiv für die Betroffenen, dass man, wenn man ungerechtfertigt abgemahnt worden ist, zum Anwalt gehen kann und diese Anwaltskosten, die man dann selber hat, dann vom ungerechtfertigt Abmahnenden erstattet verlangt bekommen kann. Soweit die positive Sache. Und jetzt die Frage, glaube ich, dass das Ganze in der Praxis zu einem Rückgang der Abmahnungen führen wird? Nein. Warum nicht? Weil die Abmahnung und Abmahngebühren im Moment aus zwei Säulen bestehen. Das eine sind die Abmahngebühren selbst. Daran hat man jetzt gedreht und die hat man runtergeschraubt. Und das andere ist der Schadenersatzanspruch. Und dieser Schadenersatzanspruch, der wird von den Gerichten gerade mit 300 Euro pro getauschtem Lied angesetzt. Das heißt, wenn ich ein Album getauscht habe, dann sind das 15 Lieder mal 300 Euro, macht 4.500 Euro, die verlangt werden können, einfach nur für ein getauschtes Album. Dann ist immer noch genügend Geld übrig, um einem Anwalt im Zweifel mehr als die 150 Euro zu zahlen. Denn für 150 Euro wird kaum ein Anwalt solche Abmahnungen verschicken. Also, gut gedacht, aber in der Praxis wird es, glaube ich, zu wenigen Auswirkungen führen. Korrekt wäre es, vielleicht so Fair-Use-Elemente ins deutsche Recht einzuführen. Das gibt es im amerikanischen Bereich. Da muss der Rechteinhaber in einem geringen Umfang tolerieren, dass seine Werke von anderen genutzt werden. Dann gäbe es solche Vorschaubild-Abmahnungen auf Facebook nicht mehr. Und die Vergütung für den Rechteinhaber, die könnte über die Plattform zum Beispiel Facebook direkt erfolgen. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Da hilft auch dieser neue Entwurf nichts. Aber ich glaube, er ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann wird dem Massenabmahnwahn im Internet ganz bestimmt bald ein Riegel vorgeschoben. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich über jeden neuen YouTube-Fan auf unserem Kanal wbs-law.tv und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.